So meine Freunde und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Footballmanagers 2018 mit unserem LFC, Liverpool Football Club. Das letzte Spiel haben wir souveränster 3 zu 0 gewonnen, haben noch 2 Elfmeter verschossen von insgesamt 3. Den ersten hat Firmino reingemacht, das war das 1 zu 0 glaube ich. Also man sieht, wir hätten deutlich höher gewinnen können. In halb zu 2 haben wir dann noch verwaltet, haben nur eine Chance zugelassen, was wir 1 zu 2 noch selbst gehabt. Und ja, ich bin zufrieden, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz, können aber ganz bisschen auf dem Menü verdrängt werden. Arsenal hingegen hat 4 zu 1 verloren beim FC Watford, die allerdings, wie man auch sehen kann, eine sehr gute Runde mit langen Spielen mit 34 Punkten nach 18 Spielen. Auf jeden Fall mehr, als sie sich bestimmt gedacht haben. Wo sieht man hier nochmal die Medieneinschätzung? Medientipp ist 14. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, dass sie mindestens 14. werden diese Saison. Gut, jetzt steht das Spiel an gegen Pressen North End. Da wollen wir natürlich... Ey, du gehst nicht zu Paris. Konnte nichts lösen. Ach, meine Güte. 10,9 und 5. Viel mehr Geld bleibt, ja, das ist wieder typisch. So, keine Gehaltssteigerung. Mehr Beratergebühr, da wird er bestimmt Ja sagen. Mehr kann ich uns bieten, tut mir leid. Realitätsbonus 7 Minuten, Beratergebühr 4,5. Torprämie 35 und 800.000 bei 10 Toren schon. Hm, abgelehnt. Tut mir leid, Gritinia, aber nein, du wirst nichts geben. Ich habe dir ein sehr gutes Angebot hinterlegt, wenn du das ablehnst. Deine Schuld. So, Robertson geht zu South Enden. Danke für deine Dienste. Wenn er gespielt hat, hat er seine Sache immer gut gemacht. Mal langfristig gesehen, hat er jetzt natürlich nicht die Qualitäten, die ich mir erhoffe. Ach, 2 jetzt verloren, schade. Halb links gespült, 1 Halbze, das ist gut. Nicht zu lange. Langsam aufbauen ist hier das Motto. Und wir sind zweiter, okay, also hat Menyo gewonnen. Konnte man natürlich von ausgehen. Egal gegen wen zu spielen. Puh. Das spiele ich heute, okay. Okay. Emre Can dürfte damit natürlich wieder fit sein. Werdet in der Gelbsperre, nicht fit, dann wieder verfügbar sein. War ja nur eine Gelbsperre. So, für Lelena. Adam kommt da auf die Kugel wieder für James. Ebenso Moreno für Robertson. Karius für Mignolet. Kleiner darf heute mal wieder Pause kriegen. Muss ja jetzt nicht jedes Spiel durchmachen. Chamberlain für Money. Von denen hier, vielleicht Alexander Arnold. Nee, erst einmal draußen lassen. Pürsten ist... Zweitligist, ne? Ja, 15 hat er gehört. Ach komm, ich mach mal mit Inks. Starte mal mit ihm. So. Dann guck ich mir nochmal kurz die Verfügbarkeit an. Inks darf nicht spielen. Grovich auch nicht. Die dürfen. Karius, nein. Milner. Nein, auch nicht. Gut, dann wollen wir mal... ins Halbfinale einziehen. Eine aggressive Ansprache. Und da sie gut reagiert haben, habe ich auch Hoffnung, dass sie eine gute Leistung abliefern. Höheres Tempo und direktes Beispiel. Der Zweite der Premier League muss doch mit einer mehr oder weniger AR-Elf gegen den 15. der Championship gewinnen können. Coutinho auf Inks. Aha, direkt mit einer guten Chance gestartet. Das ist gut. Schön Moreno. Schnell nach vorne. Oh, Chamberlain. Was für ein Zuckerpass. Ah. Hätte man eventuell in die Mitte passen können, aber ich glaube, das war Inks. Er wurde halt ganz gut gedeckt. Von daher war es nicht unbedingt klar, dass er den Ball kriegen würde. Strafstoß. Was ist denn los? In den letzten Folgen schon wieder ein Elfmeter. In den letzten Spiel 3 jetzt nach 9 Minuten schon wieder einer. Inks. Oh, mit Glück drin. Okay, souverän schießen will den nicht unbedingt. Das muss ich schon so sagen. Okay, ich muss da was ändern. Es kommt 36% Ballbesitz und so eine Passquote. Das ist ein Glück ist miserabel. Ja. Da sind es 17, 18 Minuten, aber nicht immer zu lange abwarten. kann dann da hinten losgehen. Okay. Ein bisschen weiter zurückziehen, also normal hochstehen, sozusagen. Schön. Von Inks. Noch ein blöder Ball für Lust und Zaller. Dieser Schuss sah im ersten Moment nicht unbedingt gefährlich aus, aber am Ende hatten wir Glück, dass es nicht reinging. wir spielen jetzt knapp 10 Minuten auf Kontrolle und unser Ballbesitz hat sich noch nicht, obwohl jetzt gerade ja 39,41%. Okay, ja, jetzt läuft es besser. Gut. Jetzt hoffen wir es ein schöner Konter mit Chamberlain. Chamberlain, sehr gut. Salah, 2-0, das nennt man Kontern. Perfekt. Deswegen liebe ich Chamberlain, so. Der hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Mit dem Ball richtig gut. Nicht allzu gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber souverän, kann man sagen. Mit dem 2-0. Schön. Grüeci. Ach, schade. Schade. Schön auf Inks verzogen. So. Das kann er besser, dann machen wir mal das. Und Schaden kann auch mal ein bisschen weiter zurückgezogen werden. so. Weiter so, Jungs. Gut, jemand hier, der geschont werden muss. Coutinho eventuell für Firmino. Grüeci wird, ich sehe keinen Stammspieler, Inks ebenso nicht, Chamberlain 9. Eventuell Martip. Für den Martip kann dann Klein rein, Gomez kommt dann in die Mitte. Und den dritten wechselt Spaß mir noch etwas auf. Eventuell für Moreno oder für Amritschern, da könnte Lelena rein. 10. schön durchkombiniert müssen wir jetzt schon eine Ballstaffel finden und dann so ein Pass von Firmin auf Salah das war, da hat man den Klassenzurschied gesehen abseits war doch abseits, oder? wir bleiben dran, sind giftig kein Druck in der Ball bekommen so, ich denke jetzt kann mal Moreno raus für Van Dijk ja, Gomez kann Link zu Link spielen und Van Dijk ins Zentrum mittlerweile lassen wir auch nichts mehr zu allgemein auch nur Einstoß aufs Tor also mit der Leistung kann man dann schon ganz zufrieden sein bis hierhin natürlich sind ja noch knapp über 20 Minuten zu spielen aber die Gastgeber werden langsam auch nervös wie man an der Körpersprache sehen kann würde mich schon stark wundern, wenn die es jetzt in 15 Minuten schaffen würden in der Wende herbeizurufen schön klein oh, schön vorbei gespielt die größte Chance nach langer, langer Zeit und sieht wieder nach einem guten Konter aus hoffentlich sehr schön vorbeigespielt Firmino 1x1 geht da rein ach, Mann direkt auf Ruth ich würde spontan sagen in Holland da ist oder, ich möchte mal kurz nachgucken gleich ein bisschen unachtsam von Van Dijk Dicken, Ruth Engländer, okay keine heuländischen Wurzeln nein na gut, dann ist er halt Engländer wird der Name dann ausgesprochen Wär Wirt Daniel Wirt Wauw ости so, das ist das Ende wir sind im Halbfinale Glückwunsch an die Mannschaft vor einer souveränen Leistung am Anfang hat es ein bisschen Ja, war mal auch nach dem 1 zu 0, weil wir hatten halt nur 36% Ballbesitz. Und Pressen auf, glaube ich, zwei gute Chancen. Auf jeden Fall eine nach dem Eckball. Da ging der Ball knapp drüber da. Hatte ich ein bisschen Bange, aber danach lief es perfekt. Gut, also wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer gerne da um hoch lassen. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. In zwei Tagen geht es dann weiter mit dem Topspiel in der Premier League. Erster gegen Zweiter, Manchester United gegen den FC Liverpool. Seid dabei, es würde mich freuen. Bis dann.